So, meine Lieben. Ein neuer Mario-Hack. Red's Christmas Party. So. Wie ihr schon im Intro seht, spüren wir den roten Toon Link. Ja. Ich hab das Ding nicht angezockt, keine Ahnung, was da abgeht. Ich würd sagen, legen wir einfach mal los. So. Giant Purpies, Purpies, Fire Rod, Hearts und Rockscape. Press B. Wo ist B? Unten? Ah, ja. Bring the present to this block. Okay, Sack zum pinken Block mitnehmen. Was geht hier? Red is throwing a holiday party today, but he forgot one thing. The sack of gifts. Sack. Egal. Now he has to find them before it's too late. Deswegen muss der aber nicht so heizen. Oh, wir können uns frei auf der Oberwelt bewegen. Zumindest da, wo es lang geht. Finde ich toll gemacht. Auf jeden Fall. Wollen wir mal schauen. Nein, ich kam noch hoch. Kacke. Entschuldigung. Ich muss dann niesen. Ach so, der glischt sich da durch dann. Na komm. Wupp. Wupp. Und tschüss. Oh. Jetzt komm ich nicht mehr zurück, oder was? Ey, Leute. So. Weg mit dir. So. Weiter gucken. Was geht hier ab? Eine Ranke. Was geht hier ab? Rubine. Aber ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich muss da erst mal... Ach, bumsen, ey. Ich muss erst mal bumsen? Nein, ich muss hier erst mal hochkommen. Huh. Gib es mir. Nein, nicht schon wieder runter. Ach. Ey, da ist irgendwo was drunter. Ne? Na gut. Auf jeden Fall. Ich hab echt... Ach, fucking hell. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Stirben sollst du. Stirben? Egal. Pfeffer ist jetzt tot. Und da ist ein... Springboard. Ich wollte es eigentlich mitnehmen. Dankeschön. Oh. Boah. Blind Jump Luck. Alter Falter. Das ist zwar nicht so gut. Das ist ein Koopa. Okay. Ne. 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 Auf keinen Fall. Komm mit. Was ist das jetzt? Hallo? Verwehre mich nicht, Heck. Bitte. Was geht hier jetzt ab? Stirb. Haha. Oh ja, genau. Euch tut's weh. Äh, nicht weh. Aber mir schon, ne? Mhm. Fucking hell. Was ist das? Wie komm ich da rein? Ich will das Ding haben! Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ernsthaft? Ist doch kein wisse Bekoinblock oder so. Na, das ist doch eine Hure. Hallo? Ach, dann leck mich doch am Arsch. Ich will hier wieder raus. Ich komm hier nicht mehr raus. Leck mich. Leck mich alle, ey. Das kotzt mich jetzt an. Tschüss. Tschüss. Boah, nee. Das brauch ich jetzt echt nicht haben. Wie, und wo ist jetzt mein Springboard hin? Ins Nimmer-Nimmer-Wieder-Wiedersehen-Land, oder was? Alter. Mann, oh. Weg. Wir haben ein Springboard gefunden. Und wahrscheinlich auch den Tod. Nee, ich hab's geschafft. Gut. Uiuiui. Das war fies. Nimm mal mit. Wow. Nimm mal das mit. So. Oh. Ich hoffe, das hat nicht viele Level. Das verwirrt mich jetzt nur ein bisschen, weil ich nicht so viel Schwung draufkriege, glaube ich. Vielleicht muss ich ja hier anfangen. Ja. Willst du mich vernatzen, oder was? Ich brauche diese komische Hure da. Dieses komische Stab da. Leck mich, ist mir egal. Ernsthaft, das kotzt mich gerade nur an, von daher. Ist mir Hupe. Tschüss, Springboard. P-Switch? Herz? Warum ist hier ein P-Switch? Ich bin nur leicht confused. Keine Sorge. Okay. Ich muss da doch irgendwie hochkommen. Vielleicht ist links irgendwas, was ich brauche. Äh, ja, was solltet. Hier ist der Sack. Vierseitige Nötenblöcke? Nötenblöcke. Ach, naja, egal. Ach, hier oben ist nichts, okay. Woran bin ich gestorben, bitte? Da war nix, egal. Hoppala! Da sind Herzen, will ich haben. So. Die haben ja gesagt, bring den Sack. Kitz zu den pinken Blocken. Der pinke Block war da. Entweder muss ich jetzt wirklich noch den Stab haben, um da irgendwie Feuer drauf zu klatschen oder so. Oder ich schaff's einfach nicht. Hier. Da. 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 Ah. Irgendwie wird das nix. Ach, leck mich. Ich versteh' das nix. Das hat bestimmt irgendwas mit diesem verfügten Stab zu tun, ey. Der nicht in meine Gewalt will. Ist der Sack jetzt wieder da? Ich muss mal gucken. Ach, leck mich. Ach. Ey, Leute. Nö. Boah, ach, leck mich am Arsch. Äh. Tja. Das war der Hack. Das war ein Fail. Hätte ich den Scheiß mal lieber angezockt. Dann hätte ich vielleicht ne Ahnung, was ich machen soll, aber so weiß ich es nicht. Und hier beende ich dann die Scheiße auch. Ich hab nämlich keinen Bock mehr drauf, mich aufzuregen wegen so nem Pipi-Hack, weißt du? Ne. Brauch ich nicht. Echt nicht. Der Hack so an sich ist sehr gut gemacht. Ja. Muss ich zugeben. Ist sehr schön gemacht. Schöne Ideen auch. Ja. Doch. Wenn man nicht weiß, was man machen soll. Oder. Ich weiß ja eigentlich, was ich machen soll. Ich brauch bestimmt den Stapel, um diese Eisblöcke dazu zu zerstören. Aber ich bin einfach zu blöd, um da dran zu kommen. Deswegen. Just a Fail. Kann jedem passieren. Also. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adios, Leute. Der Hack an sich war gut. Nochmal so. Der war gut. Aber die Tatsache, dass man irgendwie mit einem Notenblock dahin kommen muss, ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Und dann ist es auch noch genau so passend klein zu machen, dass du da gerade durchkommst. Weißt du? Das ist kacke. Ernsthaft. Aber sonst ist das Spiel schön gemacht. Also, Leute. Das war's dann jetzt. Bis zum nächsten Mal.